Tauche ein in die Welt der Seelenliebe, wo Herzenswünsche wahr werden. Entdecke die Magie des Seelenpartners, große Liebe und wahre Erfüllung. Lasst euch von Hoffnung und verträumter Sinnlichkeit leiden. Seid bereit, verliebt zu sein. Lass uns schauen. Was sagen denn die Karten? Was sagt dir dein Seelenmensch, dein Seelenpartner? Momentan ist eine vorübergehende Trennung. Diese vorübergehende Trennung zwischen euch. Also ist sie jetzt in Sicht. Also entweder ist es schon passiert oder wird es passieren. Aber das ist wichtig, damit er auch wieder neu auf dich zukommen kann. Arbeite an deinen Themen. Da kommt er zu dir bald zurück. Maar wenn du da bist, machen wir hier auch hier. Oder leid. Und das ist ja, oder? Dann jetzt wird mich mit der Gereich oder die Gereich zeigt, dass wir in der Gereich oder die Gereich werden, Und wir in der Gereich wird es nicht an und wir ein bisschen hits, aber das ist ein bisschen deform.